verwenden. Wenn wir jetzt nach unten scrollen, können wir mit der Erstellung unserer Anzeige beginnen. Zunächst müssen wir das Format unserer Anzeige auswählen. Wir können entweder eine Karussell Anzeige auswählen, bei der es sich um zwei oder mehr scrollbare Bilder oder Videos handelt oder ein einzelnes Video oder Bild und genau das werden wir tun. Ich habe also Einzelbild oder Video ausgewählt, so dass wir nun ein wenig nach unten scrollen. Jetzt gibt es eine Option, um eine Instant Experience hinzufügen. Aber ich möchte später darüber sprechen, deshalb werde ich dies vorerst überspringen. Eine Instant Experience umfasst ein Video plus Text plus einige Bilder und wir möchten vorerst nur ein Video hochladen. Wir scrollen also über diesen Teil hinaus und können nun die Medien auswählen, die wir als Teil unserer Werbung verwenden möchten. Wir verwenden wieder ein Video, also gehe ich einfach zu Medien hinzufügen und wähle Video hinzufügen. Ich habe dieses Video bereits hochgeladen. Also wir haben das Video und bemerke, dass wir einige Optionen jetzt haben. Du kannst dieses Video mit einigen der Bearbeitungstools von Facebook Werbenanzeigenmanager bearbeiten. Ich empfehle jedoch, dass du dein Video vor dem Hochladen bearbeitest und wenn du dann einige Spezifikationen vergessen hast, siehst du rechts, sie geben dir die empfohlene Länge, die Seitenverhältnisse und all diese Sachen. Aber wir haben unsere bereits konfiguriert, daher besteht keine Notwendigkeit dafür. Aber jetzt wirst du feststellen, dass wir auf der rechten Seite unseres Bildschirms eine Vorschau sehen, wie diese Anzeige aussehen wird. Und hier kannst du den Text für die Anzeige ändern, die unter dem Video angezeigt wird. Natürlich hätten wir normalerweise etwas vorbereitet, das wir vielleicht hier einfügen möchten. Aber wir nennen dies einfach Deconstructed. Mach es kurz und bündig. Du siehst also, wir haben unseren Text hier unten. Und dann können wir auch eine Webseite URL hinzufügen, die ich auf jeden Fall empfehle, damit die Leute auf unserer Webseite klicken können, um unser Produkt zu kaufen oder mehr über unser Unternehmen oder unsere Organisation zu erfahren. Also klicken wir auf dieses Kontrollkästchen und gehen dann hier gleich nach unten. Und ich werde meine Webseite erst einmal einfügen, da sie zu diesem Konto passt. Dann können wir hier runter gehen und wenn der Link etwas anders aussehen soll als die tatsächliche URL, können wir ihn hier unten noch dazu eingeben. Also kann ich ihn einfach kürzen, so dass nur Deconstructed.com steht. Und dann wollen wir natürlich unseren Call-to-Action einbeziehen. Du kannst also sehen, dass du hier in dem Dropdown-Menü mit verschiedenen Optionen hast. Also ist mehr dazu offensichtlich ziemlich vielfältig. Das wird für viele Situationen passen. Wenn du jedoch etwas Bestimmtes hast, zum Beispiel wenn du ein Dienstleister bist, der beispielsweise Rasenpflege oder ähnliches anbietet, kannst du einen Knopf mit der Aufschrift Angebot einholen, einfügen. Du kannst eine Schaltfläche mit der Aufschrift Kontaktiere uns, einfügen, wenn du einen Link hast oder verwendest, der auf die Kontaktseite deiner Webseite verweist. Wähle welche für deine Situation am besten geeignet ist. Ich werde mich einfach für mehr dazu entscheiden. Jetzt kannst du hier nach unten Sprachen hinzufügen, wenn du deine Anzeige automatisch übersetzen möchtest, um Personen in mehr Sprachen zu erreichen. Dazu können wir auf die Schaltfläche Sprachen hinzufügen klicken und dann haben wir hier unten einige Tracking-Optionen. Das wird also etwas kompliziert und wenn du nur zum ersten Mal eine Anzeige erstellst, würde ich empfehlen, dich vorerst davon fernzuhalten. Was du hier tun kannst, ist, dass du Facebook Pixel auf deiner Webseite einrichten kannst, damit du den Benutzern Remarkets anbieten kannst. Du kannst dies mit Facebook Pixel tun. Du kannst auch tracken, wann Nutzer auf deine Anzeige klicken und eine bestimmte Seite deiner Webseite aufrufen. Du kannst dies auch mit Facebook Pixel tun. Wenn du hier mit der Maus über die Informationsschaltfläche fahrst und auf mehr dazu klickst, wird auf der rechten Seite des Bildschirms das Pop-up angezeigt, in dem alle Informationen zu Facebook Pixel angezeigt werden. Es täuscht ein bisschen, weil es Facebook Pixel heißt, aber du kannst Facebook Pixel auch für Instagram verwenden. Wie du sehen kannst, handelt es sich um ein Analyse-Tool, mit dem du die Effektivität deiner Werbung messen kannst, indem du die Handlungen verstehst, die Menschen oder Personen auf deiner Webseite ausführen. Das dient wiederum der Tracking und insbesondere der Conversion-Tracking. Sobald du mit deiner Anzeige alles so konfiguriert hast, wie du möchtest, kannst du fortfahren und auf die Schaltfläche Veröffentlichen klicken. So, wir können sehen, dass unsere Anzeige gerade im Entwurf ist. Das liegt daran, dass sie gerade veröffentlicht wird. Sobald dies abgeschlossen ist, wird sie überprüft und Facebook überprüft die Anzeige, um sicherzustellen, dass sie allen Richtlinien entspricht. Und wenn dies der Fall ist, wie du dort sehen kannst, wird sie überprüft und dann wird sie veröffentlicht und so lange ausgeführt, bis entweder dein Budget aufgebracht ist oder deine Endzeit erreicht ist, die du zuvor im Kurs festgelegt hast. So, wir haben gerade unsere erste Instagram-Anzeige erstellt.